Hallo und willkommen bei Hardware Rat. In diesem Video die Technik-News der Kalenderwoche 45 2014. Der Hersteller Zalman ist bankrott. Den Hersteller Zalman kennt man in der PC-Branche, vorwiegend durch ihre Gehäuse und Kühler. Sie haben Anfang der Woche Konkurs angemeldet, außerdem gibt es Betrugsverdacht gegen Zalman und ihre Muttergesellschaft. Grund dafür ist, dass ihre Mutterfirma und Zalman Exportdaten gefälscht haben sollen, um Kredite zu bekommen. Koreanische Zeitungen berichteten, dass die Muttergesellschaft Ende Oktober Bankschulden nicht bezahlen konnten. Der Support für die Produkte bleibt vorübergehend weiter erhalten. Kabeldeutschland drosselt jetzt auch Bestandskunden bei File-Sharing. Kunden, die Verträge nach August 2009 haben, haben ein Tagesvolumen von 10 GB am Tag. Danach wird das File-Sharing gedrosselt. Nun verschickt aber auch Kabeldeutschland Briefe an Bestandskunden, also an Kunden mit Verträgen vor August 2009, dass sie gedrosselt werden, falls sie dieses Volumen überschreiten. Und die Drosselung ist hart, nämlich auf minimalen 100 KBit pro Sekunde. Laut Kabeldeutschland wird man aber nicht gedrosselt, nur weil man 10 GB überschreitet, sondern nur, wenn man auffällig ist. In der Praxis reduziere der Anbieter nämlich erst ab rund 60 GB Tagesvolumen. Und die Drosselung betrifft nur File-Sharing. Streaming und ähnliches ist davon nicht betroffen. Microsoft sagt, Windows 10 soll das PC-Gaming vorantreiben. Phil Spencer ist der Kopf von der Xbox-Sparte und auch allgemein für die Gaming-Strategien von Microsoft zuständig. Er sagte, dass Windows 10 das PC-Gaming stärker hervorheben solle. Außerdem will Microsoft Windows 10 stärker mit der Xbox One vernetzen. Näheres dazu gibt es schon 2015. Außerdem kommt er noch für Windows 10 DirectX 12. DirectX 12 erlaubt direkten Hardware-Zugriff, ähnlich wie AMD's Mantle. Es ist aber eher ungewiss, ob Microsoft einhält, was sie da sagen. Denn sehr viele Firmen sagten schon, wie wichtig PC-Gaming für sie ist und dass sie PC-Gaming fördern wollen und am Ende kam nichts heraus. Meist werden nur die Konsolen bevorzugt. Naja, aber beim PC hat man immer noch deutlich mehr Vorteile als bei einer Konsole. PayPal startet ein neues Zahlungsmodell. Künftig kann man bis zu 14 Tage mit im Bezahlen warten, nachdem man die Ware erhalten hat. Für Händler macht das eigentlich im Prinzip keinen Unterschied, denn sie bekommen trotzdem das Geld sofort. PayPal gibt praktisch wie einen Kredit an den Kunden. Getestet wurde der Service schon letztes Jahr in Großbritannien. Seit Anfang des Jahres in den USA. Nun ist die Zeit reif, es endgültig auf den Markt zu bringen. Das war's dann auch mit den Technik-News für diese Woche. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt ihnen einen Daumen hoch. Falls ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.